Ja, das ist gut, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gott loben und preisen. So steht es auch im Psalm 92. Es ist gut, den Herrn zu preisen. Es ist gut, den Herrn zu preisen. Und ist das nicht wunderbar, dass wenn wir anfangen, Gott zu loben und zu preisen, ihm die Ehre zu geben, ihm zu singen, dass dann, ja, dass wir dabei auch gesegnet werden, dass wir dabei froh werden, dass unsere Seele erhoben wird, aufgehoben wird. Und deswegen ist es gut, den Herrn zu preisen. Gerade wenn du vielleicht nicht so gut drauf bist. Gerade wenn du mit Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert bist. Gerade dann, und manchmal ist es so schwer, selbst in den Lobpreis oder in die Anbetung zu kommen, aber dann sich zum Beispiel Psalm 103 zur Hand zu nehmen, wo David sagt, Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alles, was er dir Gutes getan hat. Oder Psalm 92 hier. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Es ist ein Lied, steht hier im Psalm 92, ein Lied für den Tag des Sabbats. Ein Tag des Sabbats, der Tag des Sabbats ist der Ruhetag, wo Gott uns zur Ruhe bringen möchte. Von all den Sorgen, von all den Nöten, von all den Problemen, von all dem Stress. Und wie kommst du zur Ruhe, wie kommen wir zur Ruhe, indem wir Gott loben, indem wir ihn preisen, indem wir ihm die Ehre geben. Ich habe ganz am Anfang meines Christenlebens einen Spruch gelernt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und da ist Wahrheit drin, unsere Seele blüht auf, wenn wir das tun, wozu wir geschaffen sind. Nämlich die Liebesbeziehung zu unserem Vater im Himmel auszuleben. Wenn wir uns von unseren Gefühlen und von den Sorgen und Ängsten und Nöten bestimmen lassen, das ist das, was der Teufel will, dann kreisen wir um uns selbst. In dem Moment aber, wo wir uns öffnen, unser Herz öffnen und das tun, wozu wir bestimmt sind, nämlich um unseren Gott zu kreisen. Es ist gut, den Herrn zu preisen. Lass uns das tun, immer wieder, jeden Tag neu. Dann führt Gott uns in den Sabbat, in die Ruhe. Ja, wir gehen zu Sprüche wieder, Sprüche 21. Und ja, irgendwie das Thema heute passt gut zu dem, was Stefan so durch den Heiligen Geist für heute auch bekommen hat. Sprüche 21, Vers 1, da steht, wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Das Bild ist das von, ja, ich weiß es nicht, es fängt schon bei den kleinen Kindern an, ne? Als wir klein waren, als wir Kinder waren und man irgendwie mal in der freien Natur war und dort vielleicht irgendwo an einem Hügel ein Bächlein herausrinnt irgendwie und dann fängt man an, irgendwelche Steine in den Weg zu legen und merkt, boah, ich kann ja das Wasser irgendwie umleiten. Und dann baut man irgendwelche Dämme mit Ästen und Zweigen und was weiß ich und dann führt man das Wasser plötzlich auf einen ganz anderen Weg, wie man möchte, wie man will. Manchmal ist das Wasser ein bisschen zu stark, zu mächtig. Man muss dann größere Dämme und größere Hindernisse hineinbauen, dass das Wasser auch tatsächlich in die Richtung geht, wo es hin soll. Und dann entdeckt man, dass man die Fähigkeit hat, das Wasser zu lenken. Und diese Erkenntnis, die haben dann, ja, wenn man erwachsen ist oder die Erwachsenen, die wenden das noch in viel größerem Maßstab an. Das heißt ich, wie dann Flüsse begradigt werden und so weiter. Ob das dann immer so weise ist und so richtig, ist eine andere Frage. Und hier in dem Vers wird uns gesagt, dass Gott auch so ein Bauer von Dämmen und Wegen, Wasserwegen ist, dass er das Wasser leitet. Und wir sind sein Ebenbild darin. Er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Aber es geht hier um mehr, es geht hier nicht um die Wasserbäche, es geht hier nicht um die Flüsse, die Gott lenkt und leitet, sondern es geht hier um das Herz der Könige. Das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Gott nimmt das Herz, die Gedanken, die Gefühle, den Willen eines Königs, eines Herrschers, eines Menschen, der Macht hat, der ein Volk leitet und führt. Gott ist es, der diesen Führer führt. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Das ist das, was dieser Vers hier sagt. Wohin immer er will, neigt er es. Oder man kann auch übersetzen, führt er es, bewegt er es, wendet er es. Das gilt natürlich zuallererst für einen gottesfürchtigen König. In Israel war es Gesetz, im Gesetz des Mose, im fünften Buch Mose steht, dass der König des Volkes Israel tagtäglich in dem Gesetz lesen sollte. Er sollte jeden Tag seine Bibel aufschlagen und darin lesen, wenn du es so willst. Und zwar nicht nur einfach, was weiß ich, ein paar Verse lesen, dann die Bibel wieder zuschlagen und dann gehe ich meinen Geschäften nach. Nein, das Aufnehmen, die Ordnung, das Gesetz Gottes, die Ordnung Gottes, denn das war das Recht für Israel, für das Volk Israel. Es war Gesetz und Recht für Israel. Gott hat es gegeben, als Gesetzbuch, wenn du so willst. Und der König, er war der Regent, der Führer, er musste sich diesem Gesetz unterordnen, so wie sich unsere Politiker heute auch dem Grundgesetz und den Gesetzen des Landes unterordnen müssen. Ja, sie haben auch das Parlament, die Regierung teilweise, unterschiedlich wie das aufgeteilt ist in unserem Land, aber sie haben auch gesetzgeberische Kraft, Vollmacht. Das heißt, sie können neue Gesetze machen. Und trotzdem müssen sie sich an die bestehenden Gesetze halten und sich diesen bestehenden Gesetzen unterordnen. Insbesondere den vorrangigen Gesetzen der Verfassung, die ihnen gegeben ist, vorgegeben ist. Sie können sie nicht einfach abändern. Natürlich gibt es auch in Deutschland sogar die Möglichkeit, das Grundgesetz in bestimmten Bereichen sogar dort Änderungen hineinzufügen, wenn dementsprechend eine große Mehrheit im Parlament gegeben ist. Aber im Großen und Ganzen müssen sie sich tatsächlich auch unterordnen. In Israel war es aber noch mehr. Die gesetzgeberische Kraft hatte kein Mensch, sondern nur Gott, Gott allein. Er hat das Gesetz gegeben und der König musste sich dem unterordnen. Und unterordnen heißt nicht einfach sagen, naja gut, okay, Gott hat das Gesetz gegeben, jetzt muss ich damit irgendwie leben, sondern im Gegenteil, er sollte das Gesetz lieben, er sollte die Ordnung Gottes studieren und sie sozusagen tief in sein Innerstes aufnehmen, sodass es seine Regentschaft, seine Herrschaft geprägt hat. Tagtäglich sollte er darin lesen und studieren. Er sollte sich daran halten natürlich, nicht nur das Lesen, sondern auch das Tun. Und in dem Moment, wo er das tut, was Gott sagt, da ist er wie ein Wasserbach, der von der Hand des Herrn geleitet wird. Und er sieht sich irgendeinem Fall, er war ja auch der oberste Richter, der König von Israel war auch der oberste Richter über das Volk. Wenn er irgendeine Sache zu entscheiden hatte, ja dann hat er in dem Wort studiert und dann hat er plötzlich gesehen, ja das ist das, was Gott will, aha, das wusste ich ja noch gar nicht. Oder ja, das hatte ich schon mal gelesen, Mensch, wie war das denn noch genau? Und er liest nochmal nach und ihm wird plötzlich klar, ja das ist doch glasklar, die Entscheidung muss so und so sein. Ich dachte eigentlich, ich wollte das eigentlich schon anders entscheiden, aber jetzt weiß ich, jetzt habe ich mich, ist mir wieder klar geworden, das ist das Wort Gottes, das ist das Recht, die Gerechtigkeit Gottes, das ist die Ordnung Gottes. So müssen wir das machen. So wendet Gott das Herz dieses Königs nach seinem Willen, denn sein Wort, sein Gesetz ist nach seinem Willen gegeben worden. Deswegen ist es gut zu beten für Leute in der Regierung, die Verantwortung tragen, in jeglichen Bereichen. Und im Grunde fängt es schon damit an, ich sage es ja auch immer wieder, letztendlich ist das gar nicht so weit weg, selbst wenn du denkst, ich bin doch kein König. Aber auch du hast Verantwortung in deinem Haus. Du hast Verantwortung für bestimmte Menschen als Vater und Mutter. Du hast vielleicht Verantwortung in der Schule als Lehrer oder im Kindergarten als Erzieher. Du hast Verantwortung als jemand, der in irgendeinem Amt sitzt, über Menschen zu entscheiden. Und deswegen ist es wichtig, das Wort Gottes tagtäglich zu lesen, zu studieren, damit dein Herz von Gottes Willen geprägt und geleitet wird. Dass du in dem, wie du dein Amt ausübst, von ihm geleitet bist, dass er dich lenken kann, dein Herz lenken kann wie ein Wasserbach. Das wünscht sich Gott eigentlich. So hat er uns am Anfang geschaffen. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Und er hat Adam und Eva diese große Aufgabe gegeben. Ihr sollt herrschen. Ihr sollt regieren. Ihr sollt Könige sein in dieser Welt. Ihr habt Verantwortung über das Leben auf dieser Erde. Und dann hat Gott sie nicht allein gelassen und hat gesagt, jetzt macht mal. Nein, er hat mit ihnen zusammen gelebt. Er ist mit ihnen gewandelt. Er hat ihnen Ordnungen gegeben. Wegweisung gegeben. Sie haben mit ihm gelebt zusammen. In Gemeinschaft. Gott hat den Menschen nicht geschaffen und als Herrscher eingesetzt, unabhängig von ihm, sondern in Gemeinschaft mit ihm, untergeordnet unter ihm. Und wenn wir das neu begreifen, wenn wir dahin zurückkehren, das ist Umkehr, persönliche Umkehr. Ja, ich bin nicht mehr Herr meines eigenen Lebens, sondern du bist es, Herr. Ich erkenne an, dass du mein Schöpfer bist, dass du mein Herr bist. Ich will mich von dir leiten lassen, von deinem Willen leiten lassen. Mein Herz soll in der Hand, in deiner Hand wie ein Wasserbach sein, den du leiten und lenken kannst. Nach deinem Willen, nach deinem Wunsch. Und ja, es wäre doch auch gut, wenn diejenigen, die regieren, die Macht haben, in unserem Land, auf dieser Erde, wenn sie sich leiten lassen von den guten Ordnungen Gottes. Der Spruch bezieht sich aber einfach so auf einen König. Auf Könige. Und es gilt auch für Menschen, die nicht gläubig sind. Das sehen wir in der Geschichte Israels. Ich nehme nur zwei Beispiele, die bei den Propheten so auch namentlich genannt werden. Nebukadnezar. Gott sagt, er ist mein Werkzeug. Ich gebrauche ihn, um meinen Willen auszuführen, nämlich Gericht zu üben über mein Volk Israel. Genauso König Kyros von Persien. Wie viele Jahre später? 70 Jahre später. Er wurde von Gott gebraucht, von Gott eingesetzt, auch um ein Werkzeug zu sein. Nämlich, um die Israeliten wieder nach Jerusalem zurückkehren zu lassen, die Juden. Und den Tempel wieder aufzubauen. Und er wird namentlich genannt im Propheten Jesaja. Jesaja hat lange, bevor er überhaupt gelebt hat, geweissagt über diesen König Kyros. Und hat gesagt, das ist mein Knecht, mein Diener. Obwohl er nicht gläubig war. Der hat sich nicht zum Gott Israels bekehrt. Er hat seine Götzen angebetet. Und trotzdem war sein Herz in der Hand Gottes wie ein Wasserbach. Er hat ihn gelenkt nach seinem Willen, sodass sein Wille geschehen ist. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er ist nicht nur ein persönlicher Gott, wisst ihr? Er ist ein persönlicher Gott. Das ist was Wunderbares. Dass er mein Gott sein will. Und wenn er nicht dein persönlicher Gott ist, dann gehst du am Ziel vorbei. Aber er ist nicht nur dein persönlicher Gott, sondern er ist der Gott des ganzen Universums. Er hält alles in seiner Hand. Er lenkt nicht nur dein persönliches Leben, sondern er lenkt die Weltgeschichte. Unfassbar. Unvorstellbar. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Der allmächtige Gott. Hier steht, dass Gott das Herz der Regierenden lenkt, wie er will. Was ist nun mit denen, die regelrecht in Opposition stehen gegen Gottes Willen? Wir sehen ein Beispiel im Alten Testament, den Pharao von Ägypten. Er wollte das Volk nicht ziehen lassen. Gott wollte sein Volk aus Ägypten herausführen. Das war Gottes Wille. Ihre Befreiung. Der Pharao wollte nicht. Und Gott hat gesagt, okay, dann will mal nicht. Dann will ich durch deinen Widerstand etwas noch Größeres tun. Und so diente der Widerstand des Pharaos gegen Gottes Willen am Ende der Vollendung von Gottes Willen. Noch ein viel krasseres und viel wichtigeres Beispiel ist zum Beispiel die Kreuzigung Jesu. Wisst ihr, dass der Hohe Rat, Pilatus, Herodes, die Gemeinde betet in Apostelgeschichte 4, du hast das gesehen, sie haben sich alle gegen deinen Gesalbten gewandt. Sie haben sich alle, wie David es prophezeit hat im Psalm 2, sie haben sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten zusammengeschlossen. War das Gottes Wille? Nein und ja. Nein, Gott wollte natürlich, dass die Menschen sich über Jesus freuen, ihn als den König, als den Christus, den Messias anerkennen, sich ihm unterordnen und natürlich nicht einen falschen Prozess anstreben mit falschen Zeugen, um ihn dann zum Tode zu verurteilen am Kreuz, was völlig ungerecht war. Es ist doch nicht Gottes Wille, dass der Gerechte als Verbrecher hingerichtet wird. Das ist nicht Gottes Wille. Aber das Krasse ist, dass Gott diese Sünde, diese Macht der Finsternis, die sich da zusammengeballt hat, um Jesus, den gerechten Sohn Gottes, auszulöschen, dass Gott das zur Vollendung seines Willens gebraucht hat. Denn sein Wille war, dass dieser Jesus, sein Sohn, der Gerechte, für die Ungerechten stirbt, dass er die Sünde auf sich nimmt. So benutzt Gott auch die Herrscher, die gegen Gottes Willen arbeiten, um am Ende seinen Willen zu vollenden. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Das Herz des Königs ist in der Hand Gottes wie ein Wasserbach. Er lenkt ihn, wohin er will. Und natürlich ist uns das irgendwo zu hoch. Diese Gedanken sind uns zu hoch. Wie kann das sein? Auf der einen, will Gott tatsächlich all diese Ungerechtigkeiten und dieses schlimme Elend auf dieser Erde, was die Mächtigen dieser Welt anrichten, Krieg und Vertreibung und Unterdrückung, ist das wirklich alles Gottes Wille? Nein und Ja. Denn wenn wir vom Willen Gottes sprechen, dann sprechen wir eigentlich von zwei unterschiedlichen Dingen. Das eine ist der Wille Gottes, der sein Wesen offenbart, seine Liebe, seine Güte, seine Gnade, seine Gerechtigkeit. Der Wille Gottes ist das, was seinem Wesen, sein Charakter entspricht. Aber dann sehen wir, dass Gottes Wille etwas beinhaltet, nämlich die Freiheit des Menschen, den er geschaffen hat als sein Ebenbild, die Freiheit dazu, Ja oder Nein zu sagen zu seinem Willen. Und diese Freiheit, die Gott dem Menschen gegeben hat, führt dazu, dass Sünde und Tod und Verderben in diese Welt hineingekommen ist. Und das steht jetzt gegeneinander. Die Sünde, das Widerstreben gegen Gottes Willen und auf der anderen Seite Gottes guter Wille. Und Gott in seiner Allmacht, in seiner Autorität, in seiner Größe findet einen Weg, dass am Ende sein Wille geschieht, trotz all des Widerstands und des Widerstrebens. Und so bekennen wir das dann auch ins Persönliche gewendet. In Römer 8 sagt Paulus, Denn ich bin gewiss, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge. Und ihm geht es gerade um das Leiden, um die Ungerechtigkeiten, durch die wir hindurchgehen, um die Schmerzen, die wir ertragen müssen in diesem Leben. Alle diese Dinge dienen am Ende zum Guten, führen dazu, dass du, dass ich, dass wir als Kinder Gottes das Ziel erreichen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Und ja, es ist nicht Gottes Wille, dass wir Schmerzen haben. Am Ende wird er alle Schmerzen wegnehmen. Aber ja, es ist sein Wille, dass du und ich durch Schmerzen, durch Leiden hindurchgehen, weil es am Ende uns zum Ziel bringt. Das ist alles nicht so ganz einfach zu verstehen. Und Gottes Wort sagt dazu, Gott sagt dazu in Jesaja, wisst ihr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Seine Gedanken sind so viel höher. Am Ende begreifen wir das nicht. Und wir werden es auch nicht begreifen, sondern wir werden nur darüber Ruhe finden, wenn wir ihm vertrauen. Und dieser Vers, der dient dazu. Der Vater lehrt seinen Sohn, hey, Gott hat alles unter Kontrolle. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Sorgen, dir keine Sorgen zu machen. Als König, wenn du König wirst, ja, lass dein Herz lenken von Gott. Lass dein Herz beeinflusst werden durch das Wort Gottes. Aber wenn es um andere Mächtige geht, die vielleicht auch größer und stärker sind als du, hab keine Angst. Gott hat alles im Griff. Am Ende wird sein Wille geschehen. Alles wird am Ende dazu dienen, dass sein Wille geschieht. Und das bringt dann Frieden in mein Herz. Das bringt Ruhe. Gerade, wisst ihr, und das ist doch so aktuell, unsere Regierenden tagen nächste Woche wieder. Unser Ministerpräsident wird sich in die Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin begeben und wird, sie werden Ratschlagen darüber, wie sie denn jetzt weitermachen wollen. Inwiefern sie Einigkeit erzielen in den Maßnahmen oder ob jeder sein Ding macht. Und es wird wieder Auswirkungen auf unser Leben haben, wie wir unseren Alltag führen können, wie wir unser Leben führen können. Aber wisst ihr, wir können ruhig darüber sein, weil Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Wohin immer er will, neigt er es, neigt er die Herzen, lenkt er die Herzen, wendet er die Herzen. Und wisst ihr, wir haben eine Möglichkeit, eine ganz spezielle, besondere Möglichkeit, in diesem Ganzen spielen wir eine Rolle. Gott gibt uns eine Rolle als Mitarbeiter. Wir sind nicht nur Beobachter, wir sind nicht nur Opfer, sondern wir sind Mitarbeiter Gottes. Als seine Kinder haben wir ein besonderes Vorrecht. Wir haben nämlich Zutritt zu diesem Herrn der Herren und König der Könige. Wir können mit ihm über diese ganzen Dinge reden, wie wir gesungen haben. Der Herr der Herren, der König der Könige ist unser Freund. Wir sind seine Freunde. Wisst ihr was? Und er sagt, hey, ich will euch mal dazu hören. Wo sagt er das? 1. Timotheus 2. Im 1. Timotheus 2 steht, Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Wisst ihr, wir durch die, durch das Wort Gottes, das uns zuspricht, ich habe alles unter Kontrolle, ich leite die Herzen derer, die Macht haben. Da können unser Herz ganz ruhig werden. wir können wissen, okay, nächste Woche, wenn die zusammentreten, am Ende geschieht doch Gottes Wille. Selbst wenn sie sich gegen Gott und seinen Willen stellen, wird am Ende Gottes Wille geschehen. Aber es könnte ja auch sein, dass der ein oder andere seine Bibel aufschlägt, die Tage. dass er betet und Gott sucht und um Weisheit bittet. Und was sagt Gott? Wer mich um Weisheit bittet, dem gebe ich das gerne. Wäre doch schön, oder? Aber Gott sagt uns, er spricht zu uns als Gemeinde, zu dir und zu mir, die wir alle fast gar keine Macht haben. Er ermahnt uns vor allen Dingen, dass wir beten. Dass wir beten. Und zwar mit Flehen, aber auch in Fürbitte. Wir beten für Menschen. Wir beten nicht gegen Menschen. Wir beten für Menschen. Und Danksagung soll auch drin enthalten sein. Wie gesagt, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Dass wir die guten Dinge sehen, die Gott tut. Auch in Bezug auf unsere Regierenden, auf die Politik. Wisst ihr, manchmal behandeln wir diese Dinge so voneinander getrennt. Wisst ihr, das eine ist Glauben, Gemeinde, Kirche, das andere Politik. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wisst ihr, es ist ganz furchtbar, wenn wir durch unser Leben gehen und wir uns die Nachrichten reinziehen und uns dann auch, was weiß ich, das passiert ja meistens, dass man dann irgendwie sich die Nachrichten anguckt, also wenn man nicht sowieso schon völlig abgestumpft ist davon, tagtäglich sieht man sich die Nachrichten an. Wie gesagt, tagtäglich soll der König seine Bibel lesen. Tagtäglich schauen wir uns die Nachrichten an und wie gesagt, oft hat das eigentlich eher die Auswirkung, dass wir abstumpfen. Die Nachrichten sagen uns gar nichts mehr. Sie bewegen gar nichts in uns. Wir hören dann das, wir schauen uns das an, irgendwas sehen wir da und denken so, ach, ist ja furchtbar. Punkt das Nächste. Punkt das Nächste. Und dann haben wir schon längst vergessen, was am Anfang der Nachrichten gesagt wurde. Da rein, da raus. Ja, wir sind immer voll informiert, wir wissen immer, was Sache ist, was up to date, wir sind immer up to date, aber wir sind völlig kalt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Wir nehmen es überhaupt nicht wahr, wir nehmen es gar nicht ernst. Und wenn wir es dann doch zu Herzen nehmen, was da gesagt wird, dann regen wir uns auf. Wir schimpfen. Wir meckern. Wir motzen. Wir jammern und klagen. Hauptsache, wir finden jemand, mit dem wir meckern und motzen können und vielleicht sogar auch noch lästern. Aber Gott sagt uns was anderes. Euer Auftrag als Kinder Gottes ist ein ganz anderer. Euer Auftrag ist es, zu beten. Gerade für die, die über dir stehen, die Macht haben, die so einen großen Einfluss auf dein alltägliches Leben haben. Wisst ihr, und diese, wenn wir, wenn wir das Wort Gottes wirklich an uns ranlassen, dieser Friede, der führt uns dazu, dass wir tatsächlich diese Chance auch wahrnehmen. Oder andersrum, wenn wir das tun, was Gott uns sagt, hilft uns das, zu diesem Frieden wieder zurückzukommen. die richtige Perspektive auf das Weltgeschehen zu haben. Wisst ihr, wenn wir für die Obrigkeit beten, so wie das hier gesagt wird, das hat so viele Auswirkungen. Es ist ein Zeit, oder es ist Teil eines Lebens im Glauben, im Vertrauen auf Gott, den Allmächtigen. Wenn wir beten für die Obrigkeit, wisst ihr, was wir dann machen, dann tun wir das, was Petrus uns sagt, wirf deine Sorgen auf den Herrn. Wir lassen uns nicht davon bestimmen, von all den Dingen, die da so laufen und die uns dann Angst und Sorgen machen, sondern wir bringen sie im Vertrauen zu Gott und sagen, Gott, kümmer du dich darum, weil wir, und damit bekennen wir auch gleichzeitig, dass Gott Macht hat darüber, hier Einfluss zu nehmen und die Dinge zu verändern, die Herzen zu lenken, wie Wasserbäche. Glaubt ihr das, dass Gott Frau Merkels Herz bewegen kann? Glaubt ihr das, und jetzt kommt noch was anderes, wenn Gott uns hier sagt, dass wir beten sollen dafür, dann heißt das, dass wir einen gewissen Einfluss haben. Unser Gebet hat eine Kraft, wir sind Mitarbeiter Gottes, wenn wir ins Gebet gehen für die Obrigkeit, in Bezug auf Politik, Weltgeschehen, wir haben Einfluss. Jesus hat das mal gesagt in einem Gleichnis, Kapitel in Lukas 18 sagte das, diese Frau, er nimmt ein Gleichnis und sagt, ihr seid wie eine arme Witwe, die bei einem ungerechten Richter die ganze Zeit anklopft und sagt, schafft mir endlich Recht, mache endlich mal was Gutes, du böser Richter, hilf mir, in meiner Not. Und Jesus erzählt die Geschichte so herrlich, er sagt dann, ja, dieser ungerechte Richter, der sagt so, oh ne, ich hab keine Lust, ich hab keine Lust, er will nicht. Jetzt halt endlich mal die Klappe, das nervt. Du hast kein Geld, um mich zu bezahlen, um mir irgendwie, mich irgendwie zu bewegen, weg mit dir, er ist ein korrupter Richter, aber sie kommt immer wieder, das ist doch dein Job, schafft mir endlich Recht. Und er sagt, ich kann es nicht mehr hören, das nervt mich so sehr, ich hab keine Lust mehr, am Ende, und die ist so, die ist so heftig, die Frau, am Ende kratzt sie mir noch die Augen aus. Also ich werde jetzt diesen Fall dann doch mal jetzt hier, ja gut, okay, ich entscheide für sie. Dann gibt sie endlich Ruhe. Und Jesus sagt, so sollen wir Gott bitten, mit dieser Intensität, mit dieser Leidenschaft. Und er sagt dann, Gott ist doch kein ungerechter Richter, er ist unser guter Vater, er liebt uns. Und er wird nicht zögern, uns Recht zu schaffen, aber wird der Menschen so noch Glauben finden, wenn er auf Erden kommt? Und da spricht er das an. Werde ich die Menschen finden, die im Vertrauen auf Gott leben, die ihn suchen, die ihre Lebensgeschicke und nicht nur ihre eigenen, sondern die Geschicke der Welt um sie herum in die Hände Gottes legen, die Gott suchen und beten darum, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Gott ist gerne bereit, unser Gebet auch in der Politik zu erhören. Und bevor ich jetzt dazu komme, was dann diese Ziele im Gebet für die Obrigkeit sind, noch ein vierter Punkt hier. Unser Gebet für die Obrigkeit ist auch der Ursprung für das Empfangen und für Dankbarkeit. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Vieles in der Politik läuft, wie es läuft. Warum? Weil wir als Christen nicht gebetet haben. Weil Menschen nicht gebetet haben, weil Menschen Gott nicht gesucht haben. Schenkt Gott das auch nicht. insofern haben wir die Führer, die Politiker, die Leiter, die wir verdient haben. Wisst ihr, wenn wir beten, dann empfangen wir von Gott. Wir empfangen es nicht von den Politikern. Wir empfangen es von Gott, weil Gott derjenige war, der ihre Herzen gewendet und gelenkt hat. Und durch das Gebet dafür ist uns das bewusst. Wir erkennen, ja Gott ist derjenige, der ihre Herzen gelenkt hat. Deswegen gilt Gott der Dank. So entsteht mehr Dankbarkeit Gott gegenüber, auch was die Politik angeht. Wenn wir für diese Dinge beten, dann werden wir auch dankbarer. So, was ist jetzt mit den Zielen im Gebet für die Obrigkeit? Wisst ihr, wenn wir anfangen jetzt tatsächlich politisch zu beten, das wird, manche können, kann sehr chaotisch werden. Dann betet der eine vielleicht, oh Herr, setze endlich Kanzlerin Merkel ab. Und der andere betet, oh Herr, bewege doch Kanzlerin Merkel dazu, dass sie sich entscheidet, noch eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. und Gott steht da und denkt so, was soll ich jetzt machen? Also soll ich jetzt das oder das Gebet erhören? Sind doch beides meine Kinder. Ja, vielleicht mache ich einen Kompromiss. Halbe Amtszeit noch irgendwie so oder. Ne, so ist Gott nicht. Gott ist nicht, wisst ihr, die Sache mit dem Gebet ist ja nicht so, dass Gott einfach uns einen Gefallen tun will und deswegen macht, was wir bitten. Er möchte uns lehren, nach seinem Willen zu beten und dass so der Heilige Geist in uns unser Gebet leitet und führt und der Heilige Geist in mir und in dir, der widerspricht sich nicht. Der betet nicht zwei konträre Dinge. Gott sieht unser Herz, er sieht unsere Not und wir sind manchmal auch so dumm und blöde in unserem Gebet. Paulus sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Römer 8, wir wissen nicht, was wir beten sollen, was sich gebührt. Wir haben keine Ahnung und dann sagt er, der Geist hilft aber unserer Schwachheit auf und dann beten wir vielleicht nur so Gestamme. Aber der Gott versteht, was der Geist betet. Betet im Geist, im Heiligen Geist, nicht aus dem Fleisch heraus, nicht aus meinen Gefühlen heraus, sondern ringe darum, dass der Heilige Geist in dir so viel Raum hat, auch im Gebet, sodass du betest nach Gottes Willen. Jakobus sagt nicht nur, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sondern er sagt auch, ihr empfangt nicht, Gott gibt euch nicht das, was ihr bittet, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie soll denn das Gebet aussehen für die Obrigkeit? In welche Richtung soll oder muss ich denn beten? Was ist denn Gottes Wille da? Hier in Kapitel 2 1. Timotheus 2 sagt Paulus gibt uns schon eine Richtung an. Er sagt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottes Furcht und Ehrbarkeit. Wir sollen für die Könige und die in Hoheit beten, nicht gegen sie und wir sollen beten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Man kann auch sagen, ein unauffälliges Leben. Es geht darum, dass wir als Christen in einem Land leben können, ohne dass wir in das Zentrum der Aufmerksamkeit kommen, sondern dass wir einfach in diesem Land leben können, ohne dass wir verfolgt werden, ohne dass wir irgendwie dass wir uns selbst auch nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern dass Christus in den Mittelpunkt gestellt wird von unserem Leben. Wisst ihr, dieses ruhige, stille, unauffällige Leben meint nicht, oder ist nicht gemeint, dass wir möglichst unerkannt sozusagen durch die Gegend rennen. Ganz im Gegenteil. Menschen sollen das Licht Gottes in uns sehen, aber dafür ist es wichtig, dass wir nicht in den Fokus geraten. Ehrbar und Gottes fürchtig, das ist ein Gebet um Heiligung, dass Gott uns heiligt, dass wir ein heiliges, gerechtes Leben führen, aber dass wir dieses Leben auch in diesem Land führen können, dass wir nach den Ordnungen Gottes leben dürfen in diesem Land, dass es uns nicht verboten ist. Wisst ihr, es gibt so viele Länder, wo das nicht der Fall ist, wo Christen sich nicht versammeln können, wo Christen nicht einen Dienst der Nächstenliebe ausüben dürfen, wo sie in allen möglichen Bereichen eingeschränkt sind und beschränkt sind und es fängt auch, wir haben auch damit zu tun in unserem Land, in bestimmten Bereichen gibt es so diese Punkte, wo du merkst, da ist nicht mehr so die volle Freiheit da, da kommen Beschränkungen rein, die uns das schwer machen, unseren Dienst der Nächstenliebe auszuüben. Dafür können wir beten, dass Gott Freiheit und Freiraum schenkt, dass wir ein ruhiges, stilles Leben führen können in aller Ehrbarkeit und Gottes Furcht. dass Gott auch schenkt, dass wir in unserem Land die Freiheit haben, das Evangelium zu verkünden, dass Menschen Jesus kennenlernen können, ohne Stress, ohne Probleme, ohne Not, einfach so. Und wisst ihr, da haben wir doch einen großen, 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 großen Grund zur Dankbarkeit, oder? Wir leben in einem Land, wo noch so viel möglich ist. Wenn du mal über den Tellerrand guckst, dir andere Länder anguckst, wie es da aussieht, dann weißt du, wir leben quasi im Paradies. So viele Möglichkeiten und wir nutzen so viele Möglichkeiten nicht. Aber das sollte unser Gebet sein, dass Gott das bewahrt, dass Gott diejenigen, die regieren, dass sie ein wohlgesonnenes Herz haben für den Dienst, den wir tun als Christen in diesem Land. Auch für den geistlichen Dienst, Verkündigung des Evangeliums. Es gibt es gibt noch ein weiterer Punkt, wo wir auf jeden Fall für beten können, was Teil unseres Gebetes für die Obrigkeit sein sollte. Wie gesagt, wir beten für die Könige und nicht gegen sie. Wir sind keine Anarchisten. Wir beten dafür, dass die staatliche Ordnung aufrecht erhalten wird. Wir beten dafür, dass Menschen, die tatsächlich Verantwortung in unserem Land haben, dass sie geschützt und bewahrt bleiben. Wir beten gegen Terrorakte. Wir beten dafür, dass das auch und das ist ein weiterer Punkt hier. Erster Petrus 2, schlag mal auf, Erster Petrus 2, Vers 13, da sagt Petrus, ordnet euch aller menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Stadthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes. Hier sind zwei Sachen. Das eine ist, wir sollten beten dafür, dass wir als Christen mit gutem Beispiel vorangehen und uns unterordnen. Dass wir die Fähigkeit haben, all diese Widerstände in uns zu überwinden. Nämlich dem Herrn zu vertrauen, dass er die Herzen der Regierenden wie Wasserbäche lenkt, und dass am Ende sein Wille geschieht. Um des Herrn Willen, nicht um der Könige Willen. Und dann steht hier, dass die Könige und Stadthalter eine bestimmte Aufgabe haben, nämlich die Übeltäter zu bestrafen und dass sie diejenigen, die Gutes tun, loben sollen, ermutigen sollen. Dafür können wir beten, dass unsere Regierenden genau das tun, wozu sie von Gott berufen sind. Wir können beten dafür, dass sie Weisheit empfangen und gerecht handeln, dass sie nicht korrupt sind und dass sie nicht von Machtgier geleitet werden, sondern von Verantwortlichkeit. Dass sie inne werden. Manche Politiker gehen in dieses System hinein voller Idealismus. Und dann während sie in der Politik aktiv sind, merken sie, wo der Hase langläuft und passen sich an und versuchen, das Machtspiel mitzuspielen. Und irgendwann auf dem Weg verlieren sie ihren Idealismus und machen nur noch das, was am Ende einem Macht zukommen lässt. Aber wisst ihr, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der mittendrin in diesem Spiel aufwacht, inne wird und sagt, nee, so kann es doch nicht sein. Lasst uns dafür beten, dass Männer und Frauen, die da in den verantwortlichen Bereichen sind, Männer und Frauen sind, die aufwachen und erkennen, dass sie Verantwortung vor Gott haben. Und die dann damit mit Situationen konfrontiert werden, wo sie merken, ich bin am Ende mit meinem Latein und gerade geschieht es ja, so viele, die am Ende mit ihrem Latein sind, sodass sie anfangen zu beten, Gott zu suchen und um Weisheit zu bitten und zu fragen. Für all diese Dinge können wir beten und sollten wir beten. Das Vaterunser zeigt uns auf. Jesus sagt, dein Reich komme, sollen wir beten. Also lass uns dafür beten, dass das, was in der Politik geschieht, dem Reich Gottes förderlich ist und nicht dem entgegen steht. Er lehrt uns beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir können dafür beten, dass es den Menschen in diesem Land gelingt, sich selbst zu ernähren und dass die politischen Gegebenheiten so sind, dass das möglich ist und dass es nicht verhindert wird. Wir sollten aber uns hüten davor, in eine Richtung zu beten, die das unterstützt, was in unserem Land oft auch Maßgabe ist, nämlich Wachstum, 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 noch reicher, noch reicher, noch reicher, noch mehr Einfluss, noch mehr Einfluss, noch mehr Einfluss, noch mehr Macht, noch mehr Macht, noch mehr Macht. Dieses Luxusleben ist nicht das, was Gott für die Menschen eigentlich vorgesehen hat. Aber das Überleben, das soll gesichert sein und dafür können wir beten. Für wen beten wir da? Für die Parlamente, für die Politiker an den Parlamenten, wir beten für die Regierungen in Bund, Land und Kommunen. Wisst ihr, wir müssen auch für den Schutz von Kommunalpolitikern beten. Die werden echt so heftig angegangen, die kriegen Morddrohungen, die werden angegriffen, es hat so viele Attentate gegeben. Vor kurzem ist ein Prozess zu Ende gegangen, wo ein Mörder verurteilt wurde, der einen Bürgermeister ermordet hat. Es ist doch furchtbar, dass das in unserem Land geschieht. Menschen haben Angst, Verantwortung zu übernehmen, weil es sie ihr Leben kosten könnte oder weil sie ihre Familien Gefahr sehen. Unser Oberbürgermeister, nur weil er türkische Vorfahren hat, wird er und seine Familie mit dem Tod bedroht. Das ist doch furchtbar. Ich meine, das heißt doch nicht, dass ich allem zustimme, was er macht, dass ich alles gut finde, was er macht und was er für eine politische Linie fährt oder was weiß ich. Was er glaubt, was er tut, das muss ich doch nicht gut finden, aber ich finde es furchtbar, dass er mit dem Tod bedroht wird. Das kann nicht angehen. dafür muss ich beten, dass er geschützt bleibt und auch alle anderen in Verantwortung. Ich soll für sie beten. Die Beamten auf den verschiedenen Ämtern, wie oft hast du dich schon über Leute geärgert auf dem Amt, bete für sie. Lehrer, Erzieher, bete für sie. Die Polizisten, die Kontrolleure, im Zoll. Wir brauchen mehr Leute im Zoll, die diesen ganzen Drogensumpf endlich dem Einhalt gebieten. 16 Tonnen Kokain. Wahnsinn. Gott möge sie inspirieren, dass sie das riechen, wo die Scheiße versteckt ist und sie alle auffliegen. Richter, Anwälte. Es gab irgendwie so eine Serie, ich glaube im NDR oder so, nicht meckern machen irgendwie so. Ich wende das jetzt mal, nicht meckern, beten. Auch für die Wahlen, die kommen. Am Ende haben wir sogar Verantwortung, denn die Souveränität in Deutschland geht doch vom Volk aus. Wir machen unser Kreuz alle irgendwo. Wir müssen für uns alle, für alle Menschen beten in diesem Land, die irgendwann irgendwie ihr Kreuz machen. Davon hängt doch ab, wer dann in die Verantwortung kommt. Aber haben wir es in der Hand? Nein. Gott kann die Herzen der Könige, auch der kleinen Könige in Deutschland, die vielen kleinen Könige, die ihr Kreuzchen machen, kann ihre Herzen lenken wie Wasserbäche. Also lass uns dafür beten. Amen.